Heyo, hi und herzlich willkommen hier zu einer Runde Quick Survival Games, beziehungsweise vielleicht zwei. Mal gucken, was wir hier so auf die Reihe geschießen bekommen. Wir sind jetzt hier im Silver Tower. Okay, da haben wir den Jonas. Jetzt können wir nur hoffen, dass wir auch ein Schwertglück haben gleich. Ohne Schwert sind wir da immer ganz, ganz blöde. Super. Oh, oh. Ich hab ihn hier gekriegt. Ich hab ihn zwar gut angehittet. Aber interessant wäre noch. Genau. Wenn wir den jetzt hier noch bekommen hätten. Okay, der ist besser ausgerüstet. Der ist besser ausgerüstet. Ah. Wir haben ihn gekriegt. Alter Schwede. Da haben wir gerade noch Glück gehabt. Äh. Okay, alles klar. Er hat doch ein Steinschwert gehabt, oder? Okay, alles klar. Und wir sollten uns vielleicht das Essen hier nochmal reinlegen. Und versuchen ein bisschen zu raggen. Ei, ei, ei. Da haben wir es ganz knapp hingekriegt. Hier hat er schon alles rausgelootet gehabt. Wir haben keine Pfeile. Da muss ich gerade mal gucken, wie wir das jetzt hier machen. Oh, Leute. Schreibe ich doch jetzt nicht zu, Mann. Oh, oh, oh. Half-Life. Ich weiß nicht, was da hinten für einer wartet. Den würde ich jetzt gerne wegholen. Aber mit so wenig Life. Wir haben ja gerade schon mal Glück gehabt, dass wir das überlebt haben. Versuch, den mal irgendwie hinterher zu stibitzen. Wo ist der da hinten? Na. Wenn jetzt gerade keiner um die Ecke irgendwo sneakt, dann wollen wir doch, denke ich, mal ganz gepflegt runter und abstauben. Oh, oh. Stirb. Bam. Wir haben zwar seine Sachen nicht bekommen, aber wenigstens etwas. Okay. Und das ist ja schon mal auch wenigstens ein Kill. Wir wollen ja besser werden. Ich versuche ja gerade permanent meine Kills irgendwo und meine KD hochzuschrauben. War noch vor einer Woche bei 0,84. War relativ wenig. Also überraschen kann ich den natürlich jetzt nicht da unten. Da unten ist er. Okay. Will er uns jetzt fernhalten oder will er zu uns kommen? Okay, er will uns fernhalten. Dann lass uns mal im Deathmatch gucken, ob wir hier noch ein bisschen was hinkriegen. Die erste Aufnahme am Tag. Mal gucken, ob sowas wird. Hm. Oh, es wird schwierig. Jo. Einmal auf mich drauf. Bin der, der nur ein bisschen Gold drin hat, ne? Wer mal da? Nee, sonst hab ich den. Oh, 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 oh. Der ist gut. Oh, oh, wenn er mich kriegt. Ach, tot. Keine Chance. Alles klar, aber die könnte ich wenigstens drinnen lassen und dann machen wir einfach gleich eine weitere Runde. Ich denke, es wird bestimmt interessant werden. Wir werden noch den ersten holen, ne? Den Victory. Also bis dann. Bis gleich. Hey, yo, Leute. Hi und herzlich willkommen hier zur zweiten Runde. Eben gerade haben wir noch den zweiten Platz belegt. Na, mehr oder weniger glorreich. Ich denke schon. Wir haben uns ja noch so ein bisschen hochgearbeitet. Jetzt sind wir natürlich hier bei Kamaki Mountain. Da gucken wir einfach mal, ob wir das hier so ein Stück weit auf die Reihe kriegen. Ähm. Okay. Alles klar. Da können wir vielleicht den da hinten abstauben, der da bestimmt reingelaufen ist. Oder auch nicht. Da hinten. Der ist hier hoch, ne? Boah, haben wir ihn gekriegt. Alter, haben wir ihn weggeholt. Okay. Okay. Dann gucken wir mal. Bam. 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 Den haben wir auch. Den haben wir auch. Okay. Lassen wir den mal laufen. Und holen uns mal gerade hier ein bisschen Rackpoints. Ähm. Das war jetzt aber richtig heftig. War der auch ganz oben? Da oben ist doch eine Leiter, oder? War der so schnell da oben gewesen? Oder haben wir ihn da vorher abgehalten? Natürlich mal die Frage. Oh, da war er nicht gewesen. Alles klar. Dann gucken wir mal, was wir uns noch ausrüsten können. Guck mal. Full Iron haben wir wenigstens. Und ein Steinschwert. Was brauchen wir noch alles? Nicht so unbedingt. Ach guck mal, den lasse ich immer gerne mal hier so, falls ich mich verziehe. So, Pfeile. Wir haben nur ein Pfeil. Das ist natürlich weniger gut. Okay, da komme ich nur mit extrem guten Künsten hin. Also ganz normal Standardprogramm. Was ich sonst immer nicht so auf die Reihe kriege. Ich dachte mir, man muss auch mal über seinen Schatten springen. So, weil da ist nichts zum über den Schatten springen. Okay, alles klar. Ich weiß natürlich nicht, ob hier noch eine Kiste sein müssen oder nicht. Vielleicht nehmen wir uns einfach die hier. Alles klar. Gut, das haben wir aber alles schon. Na gut. Dann lass uns mal killen gehen. Irgendwie brauchen wir noch ein bisschen was. Die zwei, drei Mannequins hier. Machen eine jetzt auch nicht unendlich glücklich. Zumal wir nur einen Pfeil haben. Und das wäre nichts gut. Mal gucken. Wenn wir hier noch besudeln können. Und sein Leben abzugeben. Mal gucken. So, weiter. Oh, oh, oh. Ist er runtergesprungen? Ja, selbst recht. Runtergesprungen? Wen auch hast du denn da hergesprungen? Wow. Du bist mir ein Held. Er wollte nicht durch einen ehrenvollen Tod sterben. Nein, er wollte einfach runterspringen. Na, du bist mir wirklich eine Durke, Alter. Okay, Mann. Boah, das leckt. Oh, jetzt war ich aber. Ich habe verzogen. Und zack, den rein. Pfeile, wir haben nur zwei Pfeile. Alter. Jetzt natürlich, jetzt natürlich ein bisschen Humpe. Ich muss laufen. Leute, ich muss laufen. Ich muss einfach nur noch raggen. Was einfach raggen ist, ist natürlich einfach gesagt, weil ich habe nur noch drei Herzen. Und drei Herzen sind natürlich nicht allzu viel, habe ich mir sagen lassen. Okay, aber wenn er mich nicht so trifft mit dem Bogen. Wir sind nur noch zwei Leute im Übrigen. Ähm. Der nette Herr hat mich so ein bisschen in Ruhe gelassen. Wow. Hier muss ich treffen. Oh, fuck. Er hat mich. Oh. Oh, da ist er down. GG, Alter. GG. Ein Herz. Wow. Das war nochmal eine schöne Runde gewesen. Langsam. Langsam. Geht es ein bisschen in die richtige Richtung. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Zwei Runden. Einmal Zweiter, einmal Erster. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen kleinen Like da lasst. Auf jeden Fall eine kleine Bewertung. Also bis dahin. Liebe Grüße, euer der Spielpirat. Ciao.